ja hallo leute willkommen zu folge poppy playtime ich weiß nicht ob ich das jetzt in 1 durchlaufen werde ich hoffe weil ich will ich will ich will dass ich zum zweiten mal einmal reich ja schauten wir mal ja da hatte ich saftige fps muss ich ich kann glaube ich einfach hier eben er grün rosa gelb rot grün rosa gelb rot grün rosa gelb rot grün rosa gelb gräppig fäck ja das darf ich damit anziehen ok ja weiter auch wie 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 kanonen ok ich kann ich kann ich kann sache anziehen ok verstehe ich kann ich verstehen kann ich verstehen also ich will auch nicht ach komm gib mir gib mir gib mir die scheiße hier danke hier so wo ist der bastard hier auch hier komm high five Do you ever look at someone and wonder, what is going on inside their head? Bustard. Das nehme ich an. Wieso hast du hier ein paar Probleme mit mir hier? Hä? Hä? Scheinten gar nichts los. Ich werde mich hundertprozentig so in die Hose machen. In der Tat. So, hier. Weg da. Uno. Dort. Wo ist der? Ja, egal. Ich kann jetzt das machen. Ich werde... Ich... Ich hasse den jetzt schon. Man sagt ja immer, wenn es dunkle Orte gibt, muss man singen. YMCA. Jumel. YMCA. Jumel. Ich will echt die. YMCA. Jumel. YMCA. Jumel. 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 Welche Bienemeier? Ich hab jetzt irgendeine Ems auf der Angen. Kann man nicht hier? Nein, kann man nicht. Warum tue ich mir die Scheiße an hier überhaupt? So, ich frag mich echt, wie komme ich hier nicht hier runter? Wie? Also, also, die, die, die Physik in diesem Spiel sind sehr realistisch, muss ich sagen. Hmm... Do you remember? Ander... So, der Nahrung. So... Es war mal eine kleine Biene. Was ein Wunder. Wo ist jetzt der letzte Kackhaufen? Ah, meine Fresse, ey. Also der, der mir dieses Spiel empfohlen hat, den schlage ich zu Brei. Den schlage ich nächstes Mal richtig einer rein. Der freut sich schon drauf, ganz sicher. Innerlich. Boah. Wo, 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 wo ist jetzt der letzte? Gut, wenn ich, wenn ich ja jetzt nicht den finde, ja, dann kann ich ja hier auch abbrechen. Also. Naja. Ähm. Wo ist der? Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin einfach Sinister. Es war mal ein kleine Bien mit sie, als der Maija. Ich verstehe ja auch nicht, warum Leute davon Angst haben und Eifträume kriegen. Überhaupt nicht verständlich. Überhaupt nicht verständlich. Ah, hier, Denise, kann ich jetzt High Five geben? Ja, ich mache das. Heck, meine ich. Oh. Oh. So. 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 Und jetzt haben wir das. Äh, ich hab überhaupt nicht, äh, in eine Anleitung geguckt, äh, wie man, wie man das jetzt hier macht. Ähm, überhaupt nicht, also, ich schummel, ähm, überhaupt nicht hier komplett rein. Ähm, ja doch, jetzt müsste es eigentlich aktiviert sein. Alles. Äh, hab ich nicht alles aktiviert? Äh, doch, oder? Ja. Making a friend. Ein bisschen sehr laut für mich. Ähm. So. So. Und jetzt? Wir machen uns ein Freund. Äh. Die Augen schauen mich an. Die Augen schauen mich an. High five! Ich gebe euch high five! Und jetzt kommt unsere Ferse. Fält das? Nun. Wir sind ein Spielzeug. 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 Seht ihr? Ich hab jetzt ein Spielzeug Jetzt kann ich Das Äh Ich mag keine dunklen Räume Äh 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 Ich will Wo ist der Nein Wo wo Huchen Sie Nein Huchen Sie Nein Lauf schneller Lauf schneller Die fahren! Die fahren! Die fahren! Nein! NOO. Morok, ich rasier euch, ich bin Gillette Abdi, ich weiß nicht wer ihr seid, am Nachrollen. Äh, ja, ähm, genug rumgeführt. Ganz schnell. Ich muss so schnell sein wie Ronaldo. Ah, ah, nein, 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 nein. Da, da, okay, runter, wohin? Nur mal ein High Five geben. Ja. Danger, ist mir scheißegal. Hier runter. Da, da. Hä? Bitte. Ah! Geh doch schneller! Geh doch schneller! Geh doch schneller! Geh doch版 St Maul! Ja. Geh doch schneller! Geh dochowski! die mutter hat ihn nicht geliebt muss ich ehrlich sagen okay kann ich jetzt okay wir weisen uns noch mal ein ok ich habe eine sehr lang sehr eingegrenzende aufmerksamkeit stand also ja bin ich jetzt bei pd angekommen es war einmal ein kleiner geist ja wir haben es geschafft wir haben es geschafft wir haben das spiel durchgespielt ach endlich ja easy null mal gestorben ja kann ich irgendwie überspringen normalerweise kann man doch immer in ja gut dann beende ich hier mal den part poppy playtime chapter one chapter 2 kauf ich mir ganz sicher nicht weil für 8 euro ist das für mich es lohnt sich jetzt nicht so unbedingt den zweiten zu spielen für mich so an sich so ja ja warum denke ich mir ich beende jetzt hier die aufnahme bis zum nächsten mal also Vielen Dank.